herzlich willkommen zur heutigen folge auf der karte nordrheinischen marsch wir beginnen mit einer neuen aufnahmesession wenn es klappt die folgen für die woche und nun schaue ich mal ob das hier läuft erst noch mal ein kurs laden für unsere abfahrer muss hat mal ein bisschen sortieren bild karten nix nix dung 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 abfahrer 2 2 2 2 2 3 4 2 3 4 4 5 5 4 5 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 6 5 6 5 5 6 7 8 9 10 11 11 15 12 10 15 15 16 13 16 16 Oh. Jetzt fahren wir zurück zum Feld, wo es kreuzt sich, in dem Fall ist es tragisch, dicht am Hof, da kann man nicht einen Traktor fahren lassen, das reicht, der Freie haben wir sowieso nicht. Hier ist alles noch geladen. Überblick, was wir gemacht haben. Ach so, das war ja. Ach, wir haben noch einen Traktor gekauft, ey, super. Gefällt mir. Das war die letzte Aktion. Schön, oder? Jups. Kräftigen Kollegen, welche man leisten kann. Ich habe mir was vor. Und zwar habe ich einen neuen Mod, mit dem man jetzt Gras mienen kann und Schwatten. Das heißt, ein Arbeitsgang auf einmal. Also Ballen pressen und zur gleichen Zeit mähen. Wir sparen im Prinzip das separate Schwatten ein. Wir können gleich beim Mähen die Aktion erledigen. So. Da. Jetzt kaufen wir uns dann gleich. Müsste gerade so reichen. Hier geht mal eine Garage und verkaufen die Arten gleich. Das ist ja fast nichts mehr wert. So. Entschuldigung. Und zwar diese beiden sind das. Die sind im Grunde vom Außen identisch. Nur, dass sie halt schwatten können. Wenn das Gras soweit ist, dann können wir gleich. Gewichteten ist gut. Das könnten wir gleich so fahren. Vollanbau. Dass wir ein Radgewicht haben. Und das ist dann vom Vorteil. Das fährt sich schon ein bisschen kräftiger als unsere anderen Faktoren. Leistung mehr. Höhe, Gefundlichkeit, mehr Leistung, mehr Kraft. So muss er zeichnen. So. Jetzt werden wir uns gleich darum kümmern. Die Waldenpresse. Das kümmern wir auch gleich. Ich weiß noch nicht ob das schon reif ist. Also ausgereift ist. Aber wir können uns mal vorbereiten. So. Das ist schon mal erledigt. Nachschauen. Hier soll Eier zu suchen sein. Da bin ich ja gespannt. Ich brauche zwar das Gewinn nicht. Aber man kann ja mal suchen. im Wachstum. Das ist sogar sehr gut. Das ist top. Dann kann ich mir da ran schmeißen. Nur so herrlich. Freut mir. So. Arbeit. So. Jetzt kann die Wiese gemäht werden. Ok. Ich habe ja auch noch eine Wiese gemäht werden. Ok. 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 Ich glaube nicht. Genau. 21. Das ist... Grasfeld... 15? Das Ding also. Meerenfeld 25. Das ist ja nicht. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 22. 23. 24. 24. Knapp 9,50 Meter Die Betriebsmust ist egal, wir beginnen auf Feldreihen und Zurück. Lass mal... Fahrer nervös. Es ist für die Arbeit besser, wenn er hier vorne anfängt. Ich hätte es noch anders fahren können. Halt, halt, halt. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das macht er das, okay. Ich weiß zwar nicht warum. Der W.1 ist von hinten. Alle anfangen sind schwer. So, wie lange dauert das? Halbe Stunde. Na gut. Ja, sieht gut aus. Da kann er arbeiten. Ja, der ist voll. Der W.1 ist voll. Der W.1 ist voll. Ich hoffe, die Aufnahme passt. Der W.1 ist voll. 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 Der W.1 ist voll.